Hallo Touristen, nein Quatsch, hallo Freunde, ähm, uns hat irgendjemand gerade mit Touris angesprochen, das war sehr lustig, wer den da lächelt, auch ganz süß. Du hast heute überhaupt keine Kappe auf einer Kamera, die wackelt schon wieder. Ich hab nie eine Kappe auf. Wie, gestern Abend sahst du so brav aus mit deiner Käppi. Ja, aber das war auch nicht meine Kappe. Achso, hast du dir die nur ausgeliehen? Geklaut hab ich sie. Geklaut hat er die, so ein Schlinge. Wir sind doch in Paris, dann macht man das. Oh, oh, alles klar, dann schauen wir mal, was wir heute alles klauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall, Mann, ich wackel mit der Kamera, das ist ja echt unfassbar, weil wir hier bergab laufen, so bau, bau, bau. Bounce, 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 bounce. So sieht's aus. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Segways und dann sehen wir uns wahrscheinlich auf den Segways wieder, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, Leute, wir sind jetzt raus aus der Bahn. War ein sehr spezielles Erlebnis. Wir suchen jetzt die Segways. Sind, glaube ich, relativ nah am Eiffelturm. Wir sehen ihn noch nicht. Kleiner Tipp, wenn ihr in Paris seid und es irgendwie schafft, die Bahn zu vermeiden, dann macht das auf jeden Fall, oder, Adi? Gute Idee, Leute. Du musst die Bahn benutzen. Wenigstens einmal musst du damit fahren. Ne. Schaut's euch im Video an bei uns und dann wisst ihr warum. Also, macht's gut, bis gleich. Hey, Leute, gerade sind wir hier mit den wunderschönen Segways gefahren. Wir haben immer noch richtig coole Helme auf. Hier meine Locke auf. Sehr, sehr schön. Es macht mega viel Spaß. Schaut mal mit den anderen vorbei. Adi zum Beispiel. Der hat auf den Segways gefilmt. Ich versuche das gleich auch noch mal. Und da hinten ist noch das Eiffeltürmchen. Und wir sehen uns dann einfach gleich noch mal. Tschüss. Leute, wir fahren jetzt einfach mal ein Rennchen. Da fährt auch Daisy. Ja. Und dann kriegen wir direkt schon Fahrtwind. Der Sebastian ist auch da. Der Adi, die Jungs fahren alle da vorne. Und wir fahren jetzt weiter einfach zum nächsten Spot. Man sieht fast gar nicht, dass man fährt, ne. Aber wir fahren. Das ist so chillig. Es macht einfach Spaß. Ich kann jetzt auch einfach mal versuchen, hier eine Runde zu drehen. Guck mal. Dazu bewege ich einfach hier den Knüppel zur Seite und drehe mich einfach im Kreis. Und wir sehen uns gleich, Leute. Macht's gut. Tschüss. Jetzt zieht euch mal im Hintergrund die richtig krassen Statuen rein. Da. Da. Und da. Mega geil. Jetzt zieht euch das rein, Leute. Wie geil ist es denn? So, Leute. Gerade habt ihr ja mega viele Bilder von der Segway-Tour gesehen. Und jetzt gerade hat der Sebastian ja hier super den krassen Trick gezeigt mit seinem Wasser. Den sieht man jetzt hier gar nicht wieder. Es regnet jetzt voll. Ich zeige euch mal eben, warum das hier so abgeht mit dem Wasser. Weil man hier vor Roland Rusch einfach auf dem Kanal steht. Ich weiß nicht, wie man davon jetzt hören kann. Auf jeden Fall war's das dann aus Paris. Morgen früh geht's hier ab nach Amsterdam. Die Boys sind da noch. Hang up im Background. Und ja, das war's. Aus Paris. Tschüss. Ja, das war's. Bis morgen. Auf weg nach Amsterdam. Tschüss. Das war's.